Herr Geppert hat das Wort. Wir brauchen ein konsequentes Wechselmodell, wie fast alle anderen europäischen Staaten. Und die vielen Petitionen ans Europaparlament bezüglich der Arbeit der deutschen Jugendämter zeigt mir, dass wir auch hier eine umfassende Reform brauchen. Über ein Jahr lang habe ich eine französische Mutter und ihre Tochter in diesem schwierigen Kampf begleitet. Heute fiel das Urteil zu ihren Gunsten. Deutschland bewegt dich. Davon profitieren viele Familien im Scheidungsstreit. Davon profitieren die bis heute benachteiligten Trennungsväter. Und es profitieren die Kinder, weil ihnen beide Eltern bleiben. Europa kann wertvolle Impulse geben, um Bewegung in die deutsche Politik zu bringen. Tun wir es zum Wohle unserer Kinder. Danke schön.